Hallo ihr Lieber, wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute Morgen auch gestanden und ich sehe auch das Fenster. Das war wunderschön heute Morgen mit dieser Sonne von Herd. Bisschen kälter, aber die Sonne bringt so viel, so viel Energie zu mir. Und ich möchte gerne mit euch eine schöne Öl habe ich neu entdeckt vor zwei, drei Wochen und bin ich sehr tief in diesem Bereich runtergekauft. Obwohl dieses Öl kenne ich schon mehrere paar Jahre mit verschiedenen Gesundheitsmessen, aber bin ich noch nicht so weit dafür. Und nun bin ich offen für diese Öl und dann bin ich total verliebt. Total verliebt in diese Öl, weil wenn ich nur in kurzer Zeit dann mein Geist, mein Gefühl so schnell transformieren und schnell auswandeln. Wenn ich müde bin oder wenn keine Lust habe, wenn ich Streit finde, habe ich dieses Zitroneöl. Ja, ist immer in meiner Tasche. Dann kann ich mal einmal ein paar Tropfen und dann kann man schön reinschnuppen. Oh, es ist wirklich wie ich eine kurze Reise zum einen ganz schönen Garten mit frischer Zitrone und ich laufe bin unten von diesen schönen Bäumen und mit Zitrone, die duftet. So schön und so sonnig. Ganz tief in meinem Herzen. Oh, ich fühle mich so wohl in kurzer Zeit. Und das ist dieser fasziniert von dieser Öl. Und leider, ich habe jetzt neulich entdeckt, aber damals bin ich auch irgendwie so geschlossen. Ich habe schon viel gesehen, aber interessiert mich dafür nicht. Aber jetzt? Nun, die ist immer in meiner Tasche. Und immer in meiner Behandlung, in meinem Raum, zu Hause, für mein Wohlbefinden, für mich selber. Ich fühle mich so gut, wenn ich Stress habe, natürlich, ne? Und dann habe ich schnell eine Lösung zu finden. Also, das ist für die Zitrone. Und das ist Ilam Ilam. Also, ist das weibliche. Und möchte ich gerne meine weibliche Seite mehr aktivieren, weil ich finde, manchmal bin ich so ein bisschen hart, ne? Also, mehr 60% männlich, 40% weiblich. Und ich möchte heute gerne meine weibliche Seite aktivieren, damit meine Stimme ein bisschen sanfter. Wenn ich was spreche mit meinem Mann, mit meinem Kind, dann spüre sie meine wunderschöne Stimme und die wird mich nicht ärgern. Oh, Mama, du bist so schnell wütig. Oder mein Mann sagt, oh, ich kann nicht deine Stimme hören. Und nun habe ich diese Lösung finden, damit in der Familie mehr Harmonie zu finden. Und durch mich. Also, ich werde mich verändern. Alles, was nicht gut in mir, was nicht schön in mir, wird auch schnell transformieren. Ich lerne, lernen, lernen, lernen und jeden Tag mich zu verändern. So, ich nehme diese Ilam Ilam. Habe ich schon diese Drohne? Ja, also, hier, gebe ich mal rein. Ein paar Truppen. Und die sind wunderschön. Die sind genau die Blumen, die ich liebe. Ich liebe diese Blumen. Also, die weibliche Seite von mir wird sofort aktivieren. Nun, hört euch meine Stimme ein bisschen weicher. Ja, 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 ja. Ich möchte ein bisschen langsamer, langsamer, die Stimme. Nicht so schnell. Die Schwingung von Stimme wird langsamer. Damit werde ich sagen, dann hört mein Mann und hört mein Kind mehr. Und kann sie mich richtig so hören. Also, die sind meine beiden Lieblinge. Ich möchte, dass sie mich richtig so hören. Also, wenn euch mehr von diesem Öl Wissen kennenlernen oder noch mal tiefer rein, dann kann euch auch gerne kommen. Ich komme in meinem Workshop am 7. Dezember, einem Freitag, bei mir in meiner Praxis in Nibui. Und wir haben um 17 Uhr eine schöne Woche über diese Öl und kann euch sehr, sehr gerne mal testen, mal schnuppen, mal fühlen, spüren, wie ich euch, wie ich mit euer Geist so schnell und in kurzer Zeit unglaublich verändern kann. Also, alles, alles Liebe für euch, richtig interessiert und einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich werde noch ein paar Videos mehr über diese Öl teilen, was für meine Gefühle. Also, alles, alles Liebe. Willkommen in meiner Welt von Öl Jung Living. Alles, alles Liebe. Uni-Eitens fazer einiges dien spirituelles auf引stroge. Alles, oder? anceslarda!